Wegen Corona-Ausbrüchen in der Belegschaft haben britische Fluglinien Dutzende Flüge abgesagt. Bei der Billiglinie EasyJet waren allein am Montag etwa 100 Verbindungen betroffen, darunter 62 aus dem Vereinigten Königreich, wie die BBC berichtete. Infolge der derzeit hohen Raten von Covid-Infektionen in ganz Europa erlebt EasyJet wie alle Unternehmen einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand der Mitarbeiter, teilte das Unternehmen mit. Bei British Airways traf es rund 90 Flüge. Zahlreiche Passagiere beschwerten sich in sozialen Netzwerken über äußerst kurzfristige Absagen. Corona-Infektionen sorgten zum Auftakt der englischen Osterferien auch an den Flughäfen selbst für Probleme. Weil Sicherheitsmitarbeiter ausfielen, andererseits aber wegen aufgehobener Corona-Regeln mehr Menschen unterwegs sind, bildeten sich lange Schlangen an mehreren britischen Airports. Die Zeitung Independent berichtete von enorm angehobenen Ticketpreisen auf Kurzstrecken. Damit sollten Passagiere offensichtlich von Buchungen abgehalten werden, schrieb das Blatt. Zuletzt war die Zahl der Corona-Infektionen in England deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistikamts ONS war in der Woche bis 26. März jeder 13. im größten britischen Landesteil infiziert. Das war ein Rekord seit Beginn der Pandemie. In England gibt es keine gesetzlichen Corona-Vorschriften mehr. Das war die Zeitung auf 10. März jeder 13. wir haben viele Menschen ausgeleg Click und gehen. Jetzt habe ich schon versucht, die mit Wettbewer liegt daher. posierungen sind von Frühen?